Für die meisten Mütter ist eine Schwangerschaft ein Prozess sehr deutlicher psychologischer Veränderungen. Mütter fühlen sich sensibel und denken oft viel nach. Darüber hinaus ist auch die Gesundheit von Mutter und Fötus ein großes Thema. Und Healthy Mandy geht es sicherlich genauso. Sie macht sich mehr Sorgen als viele andere Mütter wegen der traurigen Ereignisse in der Vergangenheit. Aber zum Glück hat sie Oskar an ihrer Seite und Ryu ist immer ihre Motivation. Jetzt blickt Healthy Mandy auf ihre Schwangerschaft zurück. Sie schrieb auf ihrer persönlichen Seite, Diese Schwangerschaft war wirklich ein Auf und Ab. Ich habe viele Tränen vor Angst vergossen, 15 Wochen gelegen und nichts gemacht, außer Serie geschaut. Etliche Krankenhausaufenthalte, Lungenreife, Wehenhämmer, Gebärmutterhalsferzung, Bakterien und die Sorge, dass er viel zu früh kommen wird. Immer wieder dieser Gedanke, mit ihm wochenlang im Krankenhaus bleiben zu müssen. Niemals hätte ich gedacht, dass wir es so weit schaffen werden und vor allem mit unserem kleinen Schatz nach ein paar Tagen nach Hause dürfen. Jede Sekunde genießen wir, wir sind unendlich dankbar und können bis jetzt noch nicht realisieren, dass er bei uns ist. Wie immer kamen Fans, um diese wundervollen Erlebnisse mit dem Paar zu teilen. Jemand riet ihr sogar, ein Buch zu schreiben. So berührend, deine Geschichte. Haben sie jemals darüber nachgedacht, ihre Reise in einem Buch niederzuschreiben? Eltern in ähnlichen Situationen Mut machen? Der Junge kann sehr stolz auf seine Eltern und insbesondere auf seine wundervolle Mutter sein, die viele Wochen lang gekämpft und allen Schmerz ertragen hat. Ich habe noch nie so viel Freude, Glück, Sorge, Tränen und Liebe für jemanden empfunden, auch wenn ich ihn nicht kenne. Ich erinnere mich noch daran, wie süß es war, als du immer über Pops gesprochen hast. Vielen Dank, dass ich an Pops Reise teilnehmen durfte. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit beim Kennenlernen. Beste Grüße Ela, deine Geschichte ist unglaublich traurig, interessant und schön. Rio wäre ein wirklich toller großer Bruder. Ich freue mich so für dich, dass du dein Wunder endlich zu Hause in deinen Armen halten kannst. Sie verkündete buchstäblich alles, verriet aber keinen Namen. Ich bin so froh, dass du alles gut überstanden hast und er sicher bei dir angekommen ist. Sehr, sehr schön und... Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.